Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Baerpo Products und heute geht es um unser neues Modell, um den Wakin. Die Form erinnert ein bisschen an unseren Kiowa, beziehungsweise an den Black Kiowa. Wir haben uns aber überlegt ein paar Dinge für das Jahr 2020 anders zu machen. Vielleicht die Dinge, die sich nicht verändert haben. Der Bogen ist ein wunderschöner Recurve, immer noch 52 Zoll lang, aber vom Design haben wir uns ein paar Sachen neu überlegt. Einmal haben wir ein Mittelteil ausgewählt, komplett nur aus Nussbaum, haben unsere Bambus Wurfarme mit einem richtig, richtig schönen Apfelfurnier ausgebaut und haben uns überlegt, dadurch, dass der Bogen so viel Energie mitbringt, dass wir ihn auch diesmal gleich dreimal verleimen an den Tipps und zwar mit unseren schwarz-weiß-schwarzen Tipps.